eisbeeren starke grüße und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge trials fusion mit mir der der eigentlich immer auf dem letzten platz steht und das spiel nicht kann offiziell und den anderen beiden rege und zwatsch brüß euch ach ja keine info am rande im letzten part hatten wir das problem mit dieser cargo map und wir haben das gecheckt die war wirklich verpackt bei uns also die hätte eigentlich weiter genau werden eigentlich im flugzeug starten sollen aber irgendwie wollte es nicht ich bin dummer das nicht so gut macht auch ein fehler ja ich habe auch schon drei aber jetzt vier ich bin im ziel ach halt doch die klappe halt auch den wund bittet wer interessiert sich dafür alter da habe ich habe probleme gehört so dass wir das hier ja geilo ja bei der stelle habe ich unprobleme gehabt zwar wo du gerade war so schlimm fand ich dir jetzt aber auch nicht letzter platz rompe ich glaube ich glaube sie klauen unsere jobs scheiß westfalen er wird besser immer diese deutschen als deutsche klaut alle unsere jobs ach kacke wenn man von zu früh in rücklage geraten und dann die ganze zeit damit nur nein habe ich habe ich habe ich nicht geil einmal zu wenig tempo haben schon keinen sprung mehr hoch sauber durch sauber durch fast wird wohl fehlern sauber mit einem fehler damit vorm ziehen noch mal die kräft fack gesehen ich habe auch keine sorge erstmals und story dass ich meistens so so unruhig im ich bin immer so aufgeregt bei dem spiel ja da kommt man leicht wird uns hier so ein bisschen war außer konkurrenz also nicht die wahl von den jahren seid ihr alle auf beiden niveau jawohl das ist doch scheiße warum tut er so war der anfang ist schon scheiße ja wenn man jetzt doch wüsste wie das gehen würde dass man da von dem kabel ausgenockt okay bin rüber gekommen oh mein gott ganz ruhig ganz ruhig weiter ganz ruhig hast du dieses ich hasse ich hasse dieses auto weiter hoch das geht auch für dich smart findest du die strecke auch scheiße weil sie nicht jetzt auch nicht sicher ob wir mit der roach hier bessere chancen hätten nein eh nicht nein jetzt fall der drunter du hure jetzt wollen ohne scheiß raum weg die wir uns wenigstens gibt wie bist du doch ich habe keine ahnung es war glück das war mein glück als verstand nach vorne lenken wenn du nein aha also du musst schon irgendwie nach vorne lenken ja soweit war ich auch schon die ganze zeit raus smart also kurz bevor ich mit dem hinterrad die 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 gelb weiße das teil da verlasse nach vorne habe ich nach vorne und das hat geklappt zweimal haben wir bitte daran checken oh nein die ganze zeit rompel du hast konkurrenz gekriegt ja ich habe es gemerkt danke fürs für unsichern teile diese antwort würden sie für unsichern nein das ist falsch will weil er hat mittlerweile habe ich den sprung aber auch ein bisschen raus ich noch nicht ich denke auch schon besser noch mal nein 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 andere andere tolle sprünge nein rücken mein rücken mein armer alter rücken ist kaputt ich darf dich volle power geben man aber ist ja das gute dass rompe auch auf und also kannst du dann genau abgucken was eigentlich hätte es machen sollen man nein 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 das ist eine mittlere wollte ich mich verarschen ernst haben bei der versteckte kamera kreik als das letzte war mit donalds war es am rompe und ich uns bei dir eingestrichen und kameras versteckt ja komm mal da ist der kamera und da ist der kamera und da ist der kamera oh mein gott es hat tatsächlich funktioniert was dass wir die kameras bei ihm verstecken konnten ja um alle ok keine sorge riku du musst es vielleicht nur noch einmal machen ich weiß nicht aber irgendwie ja ich glaube es ist auch auf weil die zeit schön wie du im ziel bist riko noch direkt am anfang und ich so ungefähr auf halber strecke also wunderschöne strecken auf jeden fall so pass auf riko du musst so ein bisschen schräg mit rückenlage dagegen fahren ja zu viel nein das war wieder das kabel geschwindigkeit kabel hat mich jetzt schon dreimal getötet oder so viermal ah gott jetzt ist mal wieder hinkriegen jetzt weiß ich was du mit dem kabel meintes smartes rüber gekommen ich bin wieder da einmal mit dem kopf weil die lampe von der decke holen ah mann ey weiß ich habe gerade geschafft voll der hoch moment und jetzt bleibe ich hier mit riko wahrscheinlich für das ist keine sorge ich bin auch das ist auch nur eine mittlere map jungs das ist doch gar nicht so schwer ja ja wenn ihr das sagt und da kommentiert schon wieder kommentare hallo und herzüge kommt zur rompe rommentiert rommentare oder romperies rommentare die zukunfts edition genau eben sein so rakel so von vorhersehbarkeit her ja auch ich was bei mir wort ich krieg's jetzt partout nicht mehr hin das ist so traurig siehst du da hält da hält riko einmal die klappe um sich zu konzentrieren und sonst wird uns alle wieder aber riko rede ich bin am kabel und die züge und mal wieder da bist du schön ja riko ist übrigens auch soweit ja dann seid ihr ja bald am ziel sagen wir so der zweite streckenabschnitt bis zum dritten checkpoint der ist ja ziemlich fix gemacht nur dann hoch bis zu den zügen willst du mich verarschen ich bin jetzt die ganze zeit da gibt es die ganze zeit geschafft und jetzt nicht mehr nein 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 ja jetzt fall doch nicht da rückwärts rund ich mach den riko oh mein gott oh mein gott oh mein gott jetzt habe ich nur noch unbekanntes terror ich hole euch mal eben eine sekunde ich bin sofort bei euch tschüss riko ach scheiße hi riko hi scheiße ok es geht hier runter sehr interessant ich bin vor dem checkpoint gestorben fick dich ok ziel 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 ich steppe hier gerade immer über dem zug das ist schrecklich von er die stelle da am ende kabel bevor es dann wieder auf den beton hochgeht das ende finde ich vor allem gar nicht so schlimm muss ich sagen ne da war es auch nicht also der anfang ist echt das schwierigste wenn du über die züge hinweg bist ist es easy das ist das traurige eigentlich jawohl jawohl geil noch mal die meisten etwas mehr von der web gesehen als vorher ja schaut mal bei mir vorbei da gibt es die ganze sicht wow ja 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 klar ja 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 ist klar ja ich glaube die wiederholt sich wenn ihr wisst was jetzt noch kommt dann wollen wir es wissen ich glaube nicht bin ich übrigens der einzige spieler der nicht angezeigt bekommt wer vorne ist und wie viele wiederholungen man hat ja da bist du der einzige okay ja ne ist klar also gerade ich muss an der schräge da vom gas gehen aber auch nicht sehr das erleichtert es ungemein ja ich verliere das gleichgewicht kommen die sie ist auch kommen die schwierige strecke die wir gleich noch haben die sagen die einfachste ich wechselt mit dem mittleren maps einfach ab damit ihr an anderen platz einschauen müsst eigentlich jetzt das total abgesprochen hier und eigentlich hat auch keiner von uns probleme mit irgendeiner web das alles nur geschlecht geschauspieler das trifft es ziemlich gut ja NEIN wow oh god ne das war auch falsch wow zig zack zig zack zig tag zig zack xing zack tag 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 hoch gott aks verhalten oder obeinzig podcast das ist ein pokémon zack zack wieso springt mein vorderrad immer so hoch falls die weiter ist da schon wieder das vorderrad schlägt bei mir einfach hoch dadurch dass ich jetzt weiß wie es da funktioniert lang genug gedauert wie lange denn noch bitte ja also der part hat wieder überlänge wenn ich schon sehe dass wir jetzt schon bei 15 minuten sind wir noch eine schwere mehr von uns haben nein fall doch nicht du ich gebe dazu sehr gas jetzt hänge ich da an derselben stelle wie ich habe entweder zu viel gas dass ich nach vorne hinweg kippe oder zu wenig dass sein hinterrad angriff jetzt jetzt hänge ich hier ich glaube sobald man ja schnauze sobald man was sobald man da glaube ich einmal da raus aus dem flow ist also dass man da das noch dass man da aus dem checkpoint spielen muss glaube ich hat man da das problem dass man einfach diesen diesen schwung nicht mehr hat dass man das schön nach oben kommt weil sie ich habe so die beim ersten mal geschafft bin gerade übrigens einmal in dem looping gecrasht deswegen dieses überraschte wort ja sobald du einmal gelenkt hast ich habe ja gar nicht gelingt das war das näher ich habe es gerade zum ende hin einmal geschafft aber ich glaube das war mein glück als verstand ich weiß was ich hier theoretisch zu tun hätte okay buckelpiste schon wieder fast nein jetzt geht doch nicht mit dem vorderrad hoch du hure es kommt doch ganz drauf an wie man landet ne ja da rutsch bei hinterrat verkalkst jetzt auch die ganze zeit das tut weh das tut weh wenn man es einmal geschafft hat sogar ja ich verstehe was du meinst so wie bei der letzten map könntest du mal dem ziel ankommen bitte smart bin dabei gerade wieder an der stelle wo ich gerade schon einmal wo du sagtest wo ich gekonnt balanciert habe nur jetzt gerade gibt ganz wenig gast und tipp gebe ich dir ganz wenig dann rutscht mein hinterrat wo bin ich nicht 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 du so ich habe eineinhalb mal geschafft aber zu gut zu sehen dass rico gerade dass selbe problem hat wie ich und runter ja ich weiß nicht aber man muss sagen es ist gerade echt spannend mit den punkten grandioses final ja mir tut nur gerade echt die hand schon langsam mit der daumen weh irgendwie vom controller halten ja meint ich ja aber die machen wir nur einmal leute ja also so ist es zumindest eingestellt ach so einfach nur strecke im lego design okay ja dann was hast du glaubt dass man da was bastelt ne das ist irgendwie wie crash lego steile vom himmel regnen und alles töten da kommt das am ende ich frage mich jetzt nur no checkpoint doch es gibt checkpoints okay sind ein bisschen seltener da hoch zu kommen vor das könnte tricky werden ich finde es auch schön wenn man verliert oder wenn man stirbt da kommt so böses lachen dieser schnitt auch auf die wand wo fail steht nachdem wo du bist was das funktioniert man möchte glattmann der entwickler hat das mit absicht gemacht mit dem fail haha ne ne bin die entwickler nie tun oh ich habe checkpoint geräusch gehört ja glückwunsch oh ne nicht so ne scheiße hallo danke trompetin, ich bin direkt hinter dir ach fuck you tschüss nein viel spaß an der stelle ja danke bin mal weg ah nein ja wenn man weg tschüss alter fiktig ich bin wieder da bin auch wieder da hallo noch nicht mal hier richtig 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 nicht mal zum ersten checkpunkt richtig hoch ich freue mich nicht wie du darüber kommst jetzt die dich erklären aber ich weiß wie es geht nicht glück hinterrat nicht gegen das blaue teil anschlagen muss das so ganz leicht drüber manipulieren ja ich krieg den schwung nicht dass das hinterrad dann wieder auf dem blauen ist okay aber ich komme dann nicht über die ich komme dann nicht wieder drüber mann jetzt weiß ich was du meinst ich habe ein checkpoint geräusch gehört das finde ich gut das war nicht meiner alter woanders checkpoint danach warum ist rompe schon millimeter vorm ziel weil ich millimeter vorm ziel bin wie bist du darüber gekommen du musst da ganz du musst auf dem blauen ganz langsam rüber auf dem grünen und dann vom grünen runter ne das meine ich nicht da komme ich ja rauf aber dann langsam 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 rüber diesen hügel davon ganz langsam runter und dann runter rollen oder nicht runter rollen aber du musst halt auf dieses grüne ganz das habe ich ja geschafft 15 minuten fahrzeit ich 20 minuten fahrzeit rico fünf minuten fahrzeit ja gut da wird sich gefallen hat lasse positive werden da schaut ihr die video beschreibung mit sich jeden links da und andere projekte von uns gibt es auch genug schaut rein und in diesem sinne wieder schon reingehen und gab euch wohl bis dahin tschüss tschüss